Herzlich Willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute bin ich mit Aris und Raphael in Witten, auf dem Schmilz und ich würde sagen, ich wollte jetzt eigentlich noch ein kleines Ende zusammenschneiden, ich würde sagen, let's go. Hier kannst du runter pushen. Soll ich mal einfach ran fahren, geh mal weg. Ey hier kannst du richtig raus. Wenn du hier den Step Down mitgenommen hast, muss man, glaubst du, man springt den hier? By the way, hier ist so ein dickes Gap. Ich film die ganze Zeit. Ja ich mach so einen Schreckgook. Tschüss. 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 Ui! Oh Sollte Ich habe ihn mit dem Lacken gemacht, ich habe ihn mit dem Lacken gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's mit dem kleinen Endet von Kohlensiepen in Witten, ich hoffe euch hat das Video gefallen und ich würde sagen bis zum nächsten Mal und tschüss.